Guten Morgen, liebe Leute. Hier ist der super Badmann. Guten Morgen, liebe Leute, hier ist der super Badmann. Die Sonne scheint und wir sind glücklich. Es ist kurz vor 6 Uhr und der jungen Tag beginnt. Wir werden wieder heute schön durch Felder, Wiesen und Auen und dergleichen schreiten. Und das Herz schlägt uns höher zu diesem Glück der Erde. Schaut euch das an. Ist das nicht herrlich. Aber auch gefährlich. Man muss schön langsam schreiten, damit man nicht ausrutscht und auf den Popo fällt. Macht's gut. Alles Gute für den heutigen Tag. Tschüssi, ihr Lieben.